Ab dem 19. September wird ein Event-Pikachu mit einer speziellen Mütze verteilt. Wie ihr dieses Pikachu bekommen könnt und wo der Code steht, erkläre ich euch in diesem Video. Startet zunächst Pokémon Sonne oder Mond. Wenn ihr das getan habt, geht anschließend auf den Punkt Geheimgeschehen. Geht anschließend auf den Punkt Geschenk empfangen. Nun geht ihr auf den Punkt Per Seriencode Passwort empfangen und bestätigt alle Fragen mit Ja. Habt ihr dies getan, gebt anschließend das Passwort für das Event-Pikachu in das Eingabefeld ein und bestätigt die Auswahl mit OK. Geht anschließend, wenn ihr das Geschenk empfangen habt, in ein beliebiges Pokémon Center und dort könnt ihr dann das Geschenk abholen. Danach steht euch nichts mehr im Wege, das jeweilige Pikachu auch ingame zu benutzen. Doch Vorsicht, bei diesem Event könnt ihr den Code nur einmal eingeben und es gibt insgesamt 6 verschiedene Pikachu, die ihr mit diesem Code erwerben könnt. Der Code wird nochmal am 19. September auf Pokémon.de und hier auf meinem Kanal nochmal bekannt gegeben. Sprecht euch am besten in den Kommentaren ab, wer welches Pikachu holen soll, damit ihr auch wirklich alle Pikachus bekommt. Seid ihr übrigens im neuen Pokémon-Film Pokémon Du bist dran mit dabei, erhaltet ihr sogar ein Pikachu mit der Mütze, die Ash trägt. Außerdem wurde auch an die Fans des Pokémon Sammelkartenspiel gedacht. Denn ihr könnt euch eine seltene Sammelkarte von Pikachu sichern, wenn ihr euch den Film im Kino anseht. Natürlich halte ich euch auf dem Laufenden, was das Event betrifft und deswegen wird spätestens am 19. nochmal ein kleines Video dazu kommen. Meine Damen und Herren, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, liken, hypen nicht vergessen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das kostenlos nun tun, mittels des Abonnieren-Buttons. Doch meine Freunde des Pokémon-Universums, ich verabschiede mich hier an der Stelle und sage bis denn, Servus und Ciao.